Der ist sicherlich schon der Dinge hart, die jetzt kommen. Eigentlich nicht, weil er hat bereits alle Lieder gehört, bevor ihr sie hören durftet. Aus welchen Gründen auch immer. Julia, dieser Mann, genau, seine Freundin nennt ihn KJ Ross. Er ist sucht, er ist übergehen, rechtsbewusst, sportlich, attraktiv und obendrein auch noch saumusikalisch. Vielen Dank für die Gitarrenstunde bei Ihnen, Herr Ross. Ich hoffe, die haben was gehäusen und ich hoffe, man hört's. Anna? Fangen Sie in euch vor ein bisschen rum ab? Ja! Ich glaub, es ist auch Orson dabei. Naja, aber dann hatte ich die zweite Mange auch noch hin. Es gibt Lieder über Gerhard, rum, rum, rum. Und auch Lieder über Gaben, summ, summ, summ. Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht. Und das ist das Lied über mich. Ich hab heute sogar zwei und noch Haare mehr als drei. Hab noch keinen Mund im Bauch und die Klubjacke passt auf. Und ich hab links und rechts ein Bein. Und ich find mich selber fein. Jetzt gibt's mir die Leute zu, hab ich gut. Jawohl! Es gibt Lieder über Schulen, schrumm, schrumm, schrumm. Und auch Lieder über Lehrer, ach wie dumm. Nur das eine Lied, das gibt's doch nicht. Über Stundenfläne, die braucht man nicht. Und ich hab heute sogar zwei und noch Haare mehr als drei. Also kein Mund im Bauch und die Klubjacke passt auf. Ich hab links und rechts ein Bein. Ich bin schön, mein Hemd ist ein. Jetzt denk mir, ich hab's gut, dann hab ich Ego. So, jetzt kommt eine Strophe, die passte zu heute eigentlich nicht. Denn heute hat die Band manchmal anders gespielt, als Jamin und Anna. Aber als die Lieder schrieb, spielten sie diese Lieder ringmäßig. Es gibt Lieder über Anna, blablabla. Und auch Lieder übers Jamin, jajaja. Beide singen wir so gern und laut. Und die, ja, und die sind uns allen so wohl vertraut. Ich hab Rollschuhe sogar zwei und auch Haaren mehr als drei. Ich hab keinen runden Bauch und die Klubjacke passt auf. Ich hab links und rechts ein Bein und mein Ego ist nicht klein. Jetzt winke ich dem Zekai zu, dann hab ich endlich Ruhe.